Regionallegist und Ausrichter TSG Balingen hat den 24. Sparkassen-Indoor Cup gewonnen. Im Finale setzte man sich mit 7 zu 2 gegen die eigene zweite Mannschaft durch. Das Spiel um Platz 3 gewann Vorjahres-Sieger FC U7 Albstadt mit 3 zu 0 gegen die U19 der TSG. Tausende Zuschauer kamen an den drei Tagen in die Sparkassen-Arena. Mehr zum Hallen-Fußball-Spektakel gibt es natürlich in dieser Woche im Sport.